Um uns vor radioaktivem Staub zu schützen und um als Europäer nicht direkt von der Polizei erkannt zu werden, tragen wir Schutzkleidung. Das verseuchte Gebiet um das zerstörte japanische Atomkraftwerk ist verbotene Zone. Wir treffen uns mit einem Mann, der uns hineinbringen will, der uns zeigen will, was wirklich los ist. Yukiteru Naka ist Chef eines Ingenieurbüros, das seit Jahrzehnten für die japanische Atomindustrie arbeitet, auch in Fukushima. Wir passieren die Checkpoints unerkannt. Arbeiter kehren in Bussen vom Einsatz. Und dann der Atomruine zurück. Vieles deute darauf hin, dass die Katastrophe vom 11. März erst das Vorspiel für das sein könnte, was Japan und der Welt noch bevorsteht, warnt Naka. Um diese Gefahr zu begreifen, müssten wir die Vergangenheit verstehen. Wir sind in der Sperrzone, sieben Kilometer entfernt von der Atomruine. Yukiteru Naka hat hier gelebt und gearbeitet, zwischen den beiden Atomkraftwerken Fukushima Daiichi und Fukushima Daini. Yukiteru Naka und seine Leute hatten seit vielen Jahren auf schwere Sicherheitsmängel in den Atomkraftwerken aufmerksam gemacht. Aber niemand hat auf sie gehört. Ein paar wenige Klügere haben meine Bedenken ernst genommen, durften ihnen aber keine Aufmerksamkeit schenken. Denn es gibt in Japan eine große, einflussreiche Gruppe. In Japan nennen wir sie das Atomdorf. Ihre Philosophie ist Wirtschaftlichkeit zuerst. Dieses Atomdorf besteht aus Tepco, der Regierung und Wissenschaftlern an den Universitäten. Diese Gruppe trifft alle wichtigen Entscheidungen. Wir treffen uns in Tokio zu einem Exklusivinterview mit Naoto Kan. Er war damals Regierungschef und musste das Land durch die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg führen. Er wird Dinge erzählen, die uns fassungslos machen. Über ein Netzwerk berichten, das selbst den Premierminister im Dunkeln lässt. In den Medien werden Lügen über ihn verbreitet. Er wird zum Rücktritt gezwungen. Der Regierungschef hatte sich mit dem Atomdorf angelegt. Das größte Problem von allen ist, dass Vorkehrungen, die in der Vergangenheit noch vor dem 11. März von Anfang an hätten getroffen werden müssen, nicht getroffen worden sind. In diesem Sinne ist der direkte Auslöser dieses Unfalls zwar der Tsunami, aber der wesentliche Fehler war, dass die entsprechenden Vorkehrungen nicht getroffen worden waren. Dies ist ein Fehler der Verantwortlichen, die einfach nicht das getan haben, was notwendig gewesen wäre. Ursache für die Katastrophe, also nicht Erdbeben und Tsunami? Wir sind auf den Spuren des Atomdorfs und entdecken dabei ein Netz aus Lügen, Kumpanei und krimineller Energie. Unsere Recherche führt uns über zwei Kontinente. Wir fliegen nach Kalifornien, San Francisco. Wir sind mit einem Mann verabredet, der über viele Jahre die Wartung der Reaktoren in Fukushima durchgeführt hat. Und der dabei erlebt, wie der japanische Stromgigant Tepco auch die schwersten Zwischenfälle vertuscht. Der erste Reaktor dort wird Anfang der 70er Jahre vom amerikanischen Industriekonzern General Electric gebaut. Amerikanische Ingenieure übernehmen die Inspektionen. Und immer wieder gibt es Probleme in Fukushima. Was erwartete Tepco von Ihnen, als Sie Ihre Inspektion beendet hatten? Ich kann Ihnen mit zwei Worten beschreiben, was Sie von mir wollten, nachdem wir die Risse gefunden hatten. Halt's Maul, erzähl nichts. Probleme sind nicht vorgesehen, denn mit Atomenergie gibt es schließlich keine Probleme in Japan. Und der amerikanische Ingenieur Kei Sugaoka soll daran nichts ändern. Es waren 1989. Wir waren da, um eine Videoinspektion des Dampftrockners vorzunehmen. Wir starteten also unsere Inspektion des Reaktors und plötzlich sahen wir einen wirklich großen Riss. Einen Riss von einer Größe, wie ich ihn noch niemals vorher gesehen hatte. Aber das ist nicht das Einzige, was Kei Sugaoka und sein Kollege herausfinden. Mein Kollege schaut in den Reaktor und ich sehe, wie seine Augen immer größer werden. Und dann sagt er, die haben den Dampftrockner verkehrt herum eingebaut. An zentralen Bauteilen des Reaktors gibt es also schwerste Fehler und Menge. Kei Sugaoka leitet die Inspektion, ist für die korrekte Abwicklung verantwortlich. Seine Ergebnisse aber gefallen Tepco nicht. Wir machten also die Inspektion, fanden die Risse und sie verlangten von uns das Videomaterial darüber zu löschen. Den Inspektionsbericht durfte ich auch nicht schreiben. Ich habe ihn nur unterschrieben. Sie wussten, dass ich auf jeden Fall den falschen Einbau des Dampftrockners vermerkt hätte. Die wollten also, dass sie Dokumente fälschen? Ja, sie zwangen unser Management, Dokumente zu fälschen. Zehn Jahre schweigt Sugaoka, aus Angst seinen Job zu verlieren. Als General Electric ihn entlässt, bricht er sein Schweigen und teilt alles den zuständigen japanischen Behörden mit. Doch zu seinem Erstaunen passiert jahrelang nichts. Japans Atomaufsicht versucht ihn abzuwimmeln. 2001 aber findet der amerikanische Ingenieur schließlich einen Verbündeten. Hier in Japan, in Fukushima. Esaku Sato war 18 Jahre lang Gouverneur der Präfektur Fukushima, Mitglied der damals regierenden konservativen Partei LDP. Sato ist ein Mann des politischen Establishments, der schon mal das japanische Prinzenpaar auf Reisen begleitete. Auch er ließ sich überzeugen, dass von den Atomkraftwerken keine Gefahr für die Bevölkerung ausgehe. Doch dann verlor Sato sein Vertrauen. Ich hatte etwa 20 Faxnachrichten bekommen von Informanten aus den Atomkraftwerken meiner Präfektur, darunter auch zwei von Kei Sugaoka. Das Wirtschaftsministerium hatte sie alle, anstatt die Vorwürfe zu prüfen, direkt an TEPCO weitergeleitet. Und dann hat sich etwas ereignet, was ich kaum glauben konnte. Bei TEPCO wurden die Berichte einfach gefälscht. Ich habe dann in einem Zeitungsartikel geschrieben, dass sich, wenn sie so etwas weiter tun, mit Sicherheit ein schwerer Unfall ereignen wird. Jetzt kommen die Bürokraten nicht mehr, um hinzuhandeln. 17 Reaktoren werden abgeschaltet. Eine Untersuchungskommission findet heraus, dass der Stromkonzern TEPCO seit Jahrzehnten Wartungsberichte fälscht, schwere Zwischenfälle vertuscht, sogar eine Kernschmelze in Fukushima, die 30 Jahre lang verheimlicht worden war. Führungskräfte treten zurück, Mitarbeiter werden getadelt, bekommen aber neue Posten. Angeklagt wird niemand. Der Hauptverantwortliche bei TEPCO, Zunehisa Katsumata, wird sogar zum Präsidenten des Konzerns befördert. Er entschuldigt sich bei Gouverneur Sato für die Fälschungen und unehrenhaftes Verhalten. Doch Sato gibt keine Ruhe, kritisiert immer wieder den raschen Ausbau der Atomenergie. Damit aber verstößt er gegen die Spielregeln der japanischen Atompolitik. 2004 soll sich das rächen. Am 27. Dezember erschien in einer Zeitung ein Bericht, dass ich in illegale Grundstücksgeschäfte verwickelt sei. Der Autor war ein Journalist, der eigentlich auf Atompolitik spezialisiert war. Die Geschichte war frei erfunden. Dann wurde mein Bruder verhaftet. Der zuständige Staatsanwalt war aus der Behörde des Ministerpräsidenten vorübergehend hierher versetzt worden. Sein Name war Morimoto und er hat meinem Bruder gesagt, früher oder später werden wir deinen Bruder, den Gouverneur, vernichten. Es ging so weit, dass sie etwa 200 Personen aus meinem Umfeld unter Druck gesetzt haben. Sie haben ihm gesagt, reden Sie doch mal schlecht über den Gouverneur. Das reicht uns schon. Zwei oder drei haben den Druck nicht ausgehalten, haben Selbstmord begangen. Einer meiner Abteilungsleiter liegt bis heute im Koma. Um seine Freunde und Mitarbeiter zu schützen, tritt Sato zurück. Ein Gericht bestätigt später seine Unschuld, aber der Störenfried, der es gewagt hatte, das Schweigen zu brechen, ist erledigt. Es ist die Rache einer mächtigen Gruppe, die große Teile der japanischen Gesellschaft fest im Griff hat. Und für die es in Japan den verharmlosenden Namen Atomdorf gibt. In Japan gibt es seit langem, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren, vielerlei Formen der Unterdrückung von Äußerungen in Bezug auf die Gefahren der Atomenergie. Wenn Spezialisten an den Universitäten sagen, dass eine bestimmte Gefahr bestehen könnte, dann haben sie keine Karrierechancen mehr. Politiker erhalten vielerlei finanzielle Unterstützung von den Energieunternehmen, aber wenn man etwas über die Gefahren der Atomenergie sagt, dann verliert man diese Unterstützung. Oder andersherum, wenn man der Atomenergie zustimmt, erhält man großzügige Spenden. Das gilt auch für die Kultur, den Sport und es schließt die Medien mit ein. Und aufgrund dieser Verflechtungen sind Verhältnisse geschaffen worden, in denen Kritik kaum geäußert werden kann. Deshalb ist das Atomdorf keinesfalls ein Problem auf einem kleinen Gebiet, sondern es umfasst das ganze Land. Alle sind in diesem Atomdorf gefangen. Das ist so. Amukadari heißen sie auf Japanisch, die vom Himmel herabgestiegenen. Doch es geht auch andersherum. Tokio Kano wechselt als Vizepräsident von TEPCO ins Parlament, ist dort für die damalige Regierungspartei LDP zwölf Jahre lang zuständig für Energiepolitik, bevor er zu TEPCO zurückkehrt. Über dieses Netzwerk sprechen wir mit dem Abgeordneten Taro Kono. Kono entstammt einer prominenten Politiker-Dynastie. Sein Vater war Außenminister. Kono gehört der konservativen LDP an, die das Land nach dem Zweiten Weltkrieg fast 60 Jahre lang regiert hat. Es war die LDP, die den Auf- und Ausbau der Atomindustrie massiv gefördert hat. Nun, sie haben immer erklärt, Atomunfälle können in Japan nicht passieren. Sie haben den Menschen nie gesagt, dass sie darauf vorbereitet sein müssen. Sogar die Lokalregierungen wurden nicht auf die Gefahren hingewiesen. Es hieß immer nur, ihr braucht euch nicht auf einen Ernstfall vorzubereiten, weil es ihn schlicht nicht geben kann. Sie haben versucht, diese Fiktion aufrechtzuerhalten und die Wahrheit mit Geschichten vertuscht, die sie sich ausgedacht haben. Und jetzt müssen sie zugeben, das sind alles Lügen. Und in dieser Atmosphäre bricht am 11. März 2011 eine Katastrophe, wie sie Japan noch nicht gesehen hat. Um 14.46 Uhr wird das Land von einem der stärksten jemals gemessenen Erdbeben heimgesucht. Es hat die Stärke 9. Aber das Erdbeben ist nur der Auslöser für den Horror, der sich weit vor der Küste im Pazifik entfaltet. Mit mehreren hundert Stundenkilometern Geschwindigkeit rast eine Riesenwelle, ein Tsunami auf Japans Ostküste zu. Die Welle ist an manchen Stellen bis zu 30 Meter hoch, löscht ganze Städte aus. Fast 20.000 Menschen verlieren ihr Leben in den Fluten. wie die Stasiung der sons Beidegen der Glocke Bei der Glocke Auch auf das noch intakte Atomkraftwerk, Fukushima Daiichi, rollt die Welle zu. Dessen Tsunami-Schutzwall mit seinen sechs Metern ist viel zu niedrig. Jetzt rächt sich, dass weder TEPCO noch die Atomaufsicht Warnungen vor den sogenannten Killer-Tsunamis ernst nahmen. Und der Standort sogar noch umgeplant wurde. Der Ort, auf dem das Kraftwerk ursprünglich errichtet werden sollte, war auf einer Anhöhe von 35 Metern. Dann wurde die Erde bis auf gerade einmal 10 Meter über dem Meeresspiegel abgetragen und die Atomanlage gebaut. Es hieß, die niedrigere Lage wäre besser, um Wasser aus dem Meer zu pumpen. In TEPCOs eigener Firmengeschichte steht, dass genau das wirtschaftlich besonders effizient sei. Die Riesenwelle gibt dem schwer beschädigten Atomkraftwerk den Rest. Erst fällt der Strom aus, dann werden die Notstromaggregate überflutet, weil sie viel zu tief liegen. Ohne Strom aber gibt es keine Kühlung der Reaktorkerne mehr. Nach dem Gesetz braucht jedes Atomkraftwerk für den Ernstfall eine Notfallzentrale. In Fukushima lag die 5 Kilometer von dem Kraftwerk entfernt. Doch sie hat nicht eine Minute funktioniert. Wegen des Bebens kamen die Leute dort nicht gleich hin. Dann gab es keinen Strom und damit waren sämtliche Übertragungsgeräte außer Betrieb. Das heißt, dass dieses Notfallzentrum mit dem Ernstfall konfrontiert, überhaupt nicht funktioniert hat. Bei dem Gesetz wurde nicht einmal bedacht, dass Erdbeben und Atomunfall gleichzeitig auftreten können. Naoto Kan bekommt zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine Informationen über die dramatische Entwicklung am Kernkraftwerk. Japans Premierminister erfährt erst aus dem Fernsehen, von einer schweren Explosion in Fukushima. Von Tepco gab es auch über eine Stunde nach den Bildern im Fernsehen noch immer keinen Bericht, was für eine Explosion sich dort ereignet hatte. Auch wenn es direkt vor Ort wahrscheinlich sehr schwer gewesen sein muss, die Situation richtig einzuschätzen, Tepco hätte die Lage ordentlich beurteilen und uns und die Öffentlichkeit informieren müssen. Aber da haben sie sich nicht ausreichend bemüht. Am 15. März 2011, vier Tage nach der Katastrophe, versuchen Tepco und die japanische Atomaufsicht noch immer öffentlich zu beschwichtigen, die Gefahr herunterzuspielen. Aber heimlich trägt Tepco die Bitte an Premierminister Kahn heran, die Mitarbeiter aus dem AKW evakuieren zu dürfen. Sie würden sonst alle sterben. Ich habe den Firmenpräsidenten von Tepco kommen lassen. Und ich habe ihm gesagt, dass ein Rückzug nicht in Frage kommt. Denn wenn sie sich von dort zurückziehen, dann wird es Kernschmelzen geben mit einer enormen Freisetzung radioaktiven Materials. Wenn das passiert, wird ein sehr großes Gebiet unseres Landes unbewohnbar. Kahn vertraut Tepco von Anfang an nicht, fliegt selbst nach Fukushima, will sich vor Ort informieren. Doch was Japans Premierminister zu diesem Zeitpunkt niemand sagt, in drei Reaktoren ist es schon längst zum Super-GAU gekommen. Gleich am 11. März, am Abend der Katastrophe. Tokio, knapp ein Jahr nach der Katastrophe. Wir wollen von Tepco wissen, warum es zwei Monate gedauert hat, bis sie zugaben, was alle Experten weltweit schon längst vermutet hatten. Dass es in den Reaktoren schon gleich zu Beginn der Katastrophe zum Super-GAU gekommen war. Wann wussten Sie, dass es Kernschmelzen in Reaktoren 1, 2 und 3 gegeben hat? Wir konnten das natürlich nicht mit unseren eigenen Augen sehen, aber wir haben die Situation auf der Grundlage der Daten der Hauptverwaltungszentrale eingeschätzt. Dass der Kern geschmolzen ist und sich wahrscheinlich am Boden des Druckbehälters befindet, ist uns erst Anfang Mai bewusst geworden. Verstecken hinter Daten, Zahlen und Papier, auch heute noch. Auf täglichen Pressekonferenzen informiert der Stromgigant darüber, dass die Lage im Atomkraftwerk unter Kontrolle sei. In all dem Datenwust versteckt aber auch Informationen, die einen zweifeln lassen, ob die Verantwortlichen für die Katastrophe wirklich wissen, was sie tun. Ganz nebenbei erklärt der Sprecher, dass radioaktiv verseuchtes Kühlwasser verschwunden sei. Der Grund, die Leitungen auf dem verseuchten Gelände würden von wachsendem Gras durchlöchert. Haben Sie gerade wirklich gesagt, dass Sie radioaktiv verseuchtes Wasser durch Leitungen transportieren, die von Gras zerstört werden können? Nun ja, es war das erste Mal, dass wir Leitungen und Rohre über eine Wiese verlegt haben und ich denke, dass unsere Kenntnisse diesbezüglich nicht ganz ausreichend waren. Aber es ist nicht nur Gras, das die Atomruine gefährdet. Wir sind in Tomioka, eine Geisterstadt. Sieben Kilometer sind es von hier zu dem, was von Fukushima Daiichi noch übrig ist. Wir sind unterwegs mit Yukiteru Naka, dem Atomingenieur. Anwohnern wie ihm ist es erlaubt, stundenweise zurückzukehren, um persönliche Gegenstände aus der Sperrzone herauszuholen. Er zeigt uns seine Firma, vom Erdbeben verwüstet, von der Strahlung unbewohnbar gemacht. Dieses Holzhaus war sehr angenehm. Ein schönes Büro. Es war leise, kühl im Sommer und warm im Winter. Meine Leute waren sehr glücklich hier. 80 Nuklearexperten arbeiten für ihn. Viele helfen seit der Katastrophe dabei, das zerstörte Atomkraftwerk unter Kontrolle zu halten. Yukiteru Naka und seine Leute wissen, was sich in der Atomruine wirklich abspielt. Meine große Sorge ist, dass wir bald keine Fachkräfte mehr haben, die in dem zerstörten Kraftwerk arbeiten können. Denn die meisten erreichen demnächst ihre Strahlenhöchstdosis. Ich weiß nicht, wo wir genügend Fachkräfte für die Arbeit in der Anlage herholen sollen. Ohne qualifizierte, unverstrahlte Fachkräfte aber, wäre es unmöglich, das Desaster unter Kontrolle zu halten. Selbst wenn es gelingen würde, für die nächsten 40 Jahre genügend qualifizierte Ingenieure und Facharbeiter zu rekrutieren, ein Problem bleibt, das Japan und die Welt verändern könnte. Ist das Atomkraftwerk jetzt sicher? Tja, das ist das, was Tepco und die Regierung sagen. Aber die Leute da drinnen glauben das nicht. Da gibt es noch ein sehr großes Risiko. Meine persönliche Sorge ist Reaktorblock 4. Das Gebäude wurde durch das Erdbeben stark beschädigt. Im Abklingbecken im vierten Stock sind noch etwa 1300 gebrauchte Brennstäbe. Und im Stockwerk darüber sind noch neue Brennstäbe gelagert und viele schwere Maschinen. Das ist alles sehr, sehr schwer. Wenn es wieder ein starkes Erdbeben gibt, dann könnte das Gebäude zusammenbrechen. Dann könnte es sehr wahrscheinlich zu einer erneuten Kettenreaktion kommen. Zu einer Kernschmelze unter freiem Himmel also, die das Ende Japans bedeuten würde, wie wir es heute kennen. Denn die radioaktive Strahlung wäre unmittelbar tödlich, das Arbeiten auf dem Gelände völlig unmöglich. Die wahrscheinliche Folge, auch die Reaktoren 1, 2, 3, 5 und 6 geraten außer Kontrolle. Armageddon. In Tokio treffen wir den renommierten Seismologen Professor Hideki Shimamura. Im Februar hatten Wissenschaftler der Universität Tokio eine neue Erdbebenstudie veröffentlicht. Danach wird Japan in den nächsten vier Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent von einem neuen großen Bebenheim gesucht. Besteht die reale Möglichkeit, dass die Atomkraftwerke durch ein solches Beben beschädigt werden? Ja, sehr wahrscheinlich. Warum? Die seismische Beschleunigung, die wir in Gall messen, ist viel stärker, als wir bislang angenommen haben. In den vergangenen Jahren haben wir mehr als 1000 spezielle Messgeräte aufgebaut und dabei festgestellt, dass die Erdbebenstöße stärker und mit einer höheren Beschleunigung auftreten, als wir es uns bislang vorstellen konnten. Das aber bedeutet für alle Bauwerke in Japan ein massives Problem. Auch für die Atomkraftwerke, wie Professor Shimamura uns erklärt. Das ist der Bauplan eines japanischen Atomkraftwerks. Das Unternehmen geht davon aus, dass die stärksten Erdbeben in der Zukunft eine Beschleunigung von 300 bis 450 Gall auslösen werden. Und dann sagen sie, dass sie für diesen äußerst unwahrscheinlichen Fall ihre Kraftwerke auf eine Beschleunigung von bis zu 600 Gall auslegen. Das aber gilt nur für den Sicherheitsbehälter des Reaktors, nicht für die restlichen Strukturen. Unsere Untersuchungen aber haben gezeigt, dass es bei den letzten zwei großen Beben Beschleunigungen bis 4000 Gall gegeben hat. Das ist sehr viel höher als im Designplan vorgesehen. Die Kraftwerksbetreiber wussten das, aber haben ihre Werke nicht verstärkt? Bis jetzt nicht, nicht ausreichend fürchte ich. Eine Anlage zu bauen, die einem so starken Beben standhält, ist ohnehin nahezu unmöglich. 60 Kilometer von der Atomruine entfernt. Hier im Krisenzentrum laufen die Fäden zusammen. TEPCO, die Atomaufsicht und die Präfektur koordinieren hier ihren Kampf gegen das nukleare Höllenfeuer. Wir haben uns mit den TEPCO-Verantwortlichen für die Katastrophenbekämpfung verabredet. Wir wollen von ihnen wissen, wie sie das zerstörte Atomkraftwerk vor einem starken Beben schützen wollen. Besonders den gefährdeten Reaktor Block 4. Im Abklingbecken von Reaktor 4 lagern äußerst viele Brennstäbe. Um die zu schützen, ist eine Verstärkung des Beckens notwendig. In der Etage unter dem Becken werden gerade Stützpfeile aufgebaut. Ihr Atomkraftwerk ist nahezu völlig zerstört. Wie kommen Sie darauf, dass es einem neuen starken Beben standhält, wo es doch schon vor einem Jahr nicht geklappt hat, als das Atomkraftwerk noch intakt war? Wir haben Untersuchungen zur Erdbebensicherheit angestellt, nicht nur bezogen auf Reaktor 4. Und wir haben das Ergebnis erhalten, dass es keine Probleme gibt. Weismologen messen aber Kräfte von bis zu 4000 Gall und sie sagen, kein Atomkraftwerk hält dem Stand. Was macht sie denn so sicher, dass ein Beben direkt unter Fukushima nicht die Reste des Atomkraftwerks schwer beschädigt? Der Ort, diese 4000 Gall, von denen Sie da sprechen, ist vielleicht ein anderer, denke ich. Darauf kann ich nicht antworten. Glauben Sie wirklich, dass Tepo darauf vorbereitet ist, Atomkraftwerke zu betreiben in Japan? Das ist schwer zu beantworten. Das ist, was bei all dem herausgekommen ist. Die Menschheit sollte dieses Resultat kennen. Für eine gemeinsame Politik in der Zukunft. Die Menschheit sollte dieses Resultat kennen.